er ist schon längst am ballern a la von daher geht es jetzt auch schon los das ist drei schuss oder wie die shadows knechten hat ich muss noch mal kurz dem geschützter sagen was er machen soll er war nur ja die tante wieder hier vor mir hin hin oh oh heute werden bitte nicht angepasst danke schon wieder an 20 19 ja kein was du hier schon wieder dk und dann sagte die so hey er wollte dir mal kurz an der pferd zu fassen was er denn machen da ich ja kein problem okay brauchst du nicht schießen kannst du aber den bogen machen du klinkel wer ich ja ich habe einen bogen ja ja oha gön mhm ja was hat es da leder an der kettensäge geil blueprint scheiße leder an der treppe aus beton blueprint metallkleidung ist natürlich nicht schlecht diese blueprint ding diese ja weil sie immer die treppe angreifen und so teuer ist das gar nicht die kettensäge muss ich sagen geht sogar klar nein das tust du da nicht rein dankeschön das geht doch würde ich mal behaupten hier zack guck mal rein hier in die scheiße was ist denn hier für ein schrott drin wart ihr schon oben drauf ne musst du ja hochlaufen oh da war ich schon wo oben ja das wichtigste lässt er liegen hier gewürze und holz reparieren tut er oben nicht das geht automatisch eigentlich das reparieren ja ne doch Junge wie schnell hat er das geschütztum da geballert wie viel sind drin oder noch nichts ja aber wir müssen auf jeden fall schießpulver craften und eher ein labyrinth bauen mit pfeilen ja bringt ja nix weil wir noch nicht weit genug weg kommen mit dem spawner ja wie macht man das leveln ja das ding kleinere wellen machen einfach du musst ja nicht immer die größte fahren ja beziehungsweise ich denke mal wenn du mehrere von diesen teilen spawnst dass dann auch unterschiedlich viele gegner kommen ne also dass sie auf verschiedenen wellen wegen kommen könnte ich mir jetzt auch vorstellen dass es vielleicht so ist das weiß ich aber nicht das heißt übrigens hochgepatcht ne auf halbe stunde nö das war vorher schon ja ja desto höher es kommt desto länger dauert es weil es ja auch krasses zeug hält bei gerade lila eine kettensäge drin gehabt also wow kann man schon mit anschauen metallhelm den ölpickel aber das teuer aber wo packe ich jetzt die blue print rein nein den blue print ja ja ich denke sie der auch voll ist aber hier ist so viel doppelt drin ne wird hier mal ein bisschen aus Obstsalat easy hat das überhaupt gebracht ein level gar nicht so gefühlt 2 mal orangenen Stahl anbrust brauchen wir nicht ne ne nicht wirklich ohne mass reich da weißt du ich was räumt der denn hier schon wieder für scheiße rein hm da ist keiner dran ne irgendwer hat hier scheiße reingeschmissen meint er jetzt keine blueprints ja das ist richtig das hab ich da rein getan ja Bolzengewehr mit der Miliz genau braucht keiner meinst du weiß ich alles brauchen wir genau hier ist noch ein schnelles Magazin drin ne für die Pistole ja und in dem Bolzengewehr der Miliz ist ein M4 drin ja ich hab auch eins ist auch ein M4 drin ne wo ist meinst hin das braucht man nicht mehr weg damit mit den Bleikuggels weg damit weg damit mit mittel starker Dünger aller wow so mal diese scheiß Truhe bauen mittlere Clustergranaten jetzt gehts ab elektrische Tür jetzt gehts richtig ab Hubschrauben Montage jetzt gehts richtig ab bis das kommt das dauert noch ein paar Jahre Giftfalle Tür ja nein oder Holzschuhe kann weg Holzkram kann alles weg ja genauso wie Metall äh äh zu bauen halt zumindest ne kannst ja direkt auf Beton kann ich ja schon wenn oder Wolfram ist ja da drüber glaube ich über Beton Wolfram Ram 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 die kniffte sehe ich die haben wir schon die können weg das ist eine andere kniffte die sehe ich da oben das kann weg halbautomatik ranger sehe ich ja und also Schiedspulver hat auf jeden Fall schon genug hergestellt würde ich immer sagen wo ist denn genau sind 270 nix ja guck mal wieviel nix 200 400 800 1000 1200 nix 1400 noch was nix 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 1400 geteilt durch 3 nix 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 kiss dix nix 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 Ja, baue mal einen orangenen Pickel. Guck mal, wie wir Stall machen. Ich baue bestimmt keinen orangenen Pickel. Kostet 300. Aha. 300. Für mich würde sich das lohnen. Nee. Ja, genau. 300. Wie viel brauche ich für einen Pickel? 300. Level 30. Okay, kriege ich morgen hin. Dann baue ich mir einen grünen Pickel. Der braucht 31. Was ist der Morgen? Morgen ist er 30, hat er gesagt. Der ist in drei Jahren nicht 30. Doch. Wie denn? 30, hat er gesagt. Einfach so. 30. Ich bin 28 schon am Ende. Ja, am Ende, das wissen wir. Nee, 300 XP-Punkte brauche ich noch. 30, sagt er. Ja, ich weiß was. Einfach so. Er redet wieder. Au, fuck, ich muss morgen mit meinem Alten einkaufen. Das wird schon mal das morgen. 30, sagt er. Einfach so. Ja, du wolltest dir die EA das Guthaben noch kaufen. Ja, ja, hast recht. 30, sagt er. Einfach so. Hat er wieder wirrgeredet, glaube ich. Ich never gehabt. Nö. Dir passiert ja auch nichts. Na, echt mal. Doch, hab mich gefarmt. Ja, was, 20 Holz? Äh, 1000, Entschuldigung. Mhm. Ja, das reicht nicht mehr. Leider inzwischen. Das dauert. Ja, ich brauche 1500. Äh, das geht. Öl ist so eine Sache. 1000 Holz, das ist ja gar nichts. Das ist ja genauso, wie wenn ich mit 100, äh, Eisen bei AXI ankomme. Ja, dann kommt er zu mir nach Hause gefahren und fragt mich, was das soll. Ja, der hat aber kurz gefragt, was ist? Ist den Arsch offen? Ja. Und, äh, ja. Äh, sofort. Ah ja, da ist der sofort. Boah, okay. Das bin ich jetzt. Auf der... Auf wie viel Prozent bin ich jetzt? 10, ne? Leben. Es ist jetzt komm, der Eisenpickel, der Blutbünder ist schon am Dings drin, er baut sich jetzt in den, in den, in den Eisenpickel. Ja. Weiß ich. Ich baue da alles zusammen, das ist richtig, ja. Der hat ungefähr gemeckert, dass er was braucht zum Abfarmen, also baue ich das Ding. Ich kann ihn aber immer noch nicht benutzen, weil ich noch nicht 30 bin. Ja, kann ich... Ja, das ist ja nicht mein Problem. Dann renn hier im Kreis und fahren. Bist du 30. Ich fahre, ich fahre jetzt erst mal, ich fahre jetzt erst mal, dickfett Eisen brauchen wir noch, ne? Oder irgendwas. Ich kann inzwischen auch zusätzliche Container bauen fürs Auto und Sprit-Container, wofür auch immer. Weil die Minen... Haben wir mal weiter weg, Lied. Die Minen, die hier in der Nähe sind, da ist leider kein Eisen drin, es ist immer Kupfer. Sind das die von Moria? Ne. Okay. Die schlechten. Nicht die Morianischen. Sind die Boreanischen. Die Daxus, Mervus, Maximus, Dinger. Paulus Obst und Gemüse. Ungenießbar. Wegwerfen. Nein. Paulus Obst? Ja, das brauchen wir. Wofür? Dann hast du schon mal Medikamente hergestellt. Ja. Ja. Da brauche ich das nicht für. Ja, du. Was ist denn mit Toxibalsam? Dafür brauchst du Obst verfaultes und verdorztes Fleisch. Und wie auch warst du schon vertoxied? Ist ja egal. Vielleicht kommt das ja noch. Ne. Ja. Kann mir einer kurz sagen, was man für... Okay. Für? Eisenspitzhacken zum Reparieren brauche. Ja, Eisen. Dass ich mir das mitnehmen kann. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe keine. Du hast einen orangenen Ölpickel. Nö, normalen habe ich. Bisher. Ja, da braucht es jetzt noch elf polymütare Moleküle. Ja, Polis brauche ich. Ja. Das dauert ja noch Jahre, bis die fertig sind. Guck mal, hier ist Thermokleidung gebaut worden. Ach nee, das ist die schon ewig drin ist. Ich habe gesagt, hä? Ist nichts gebaut, kannst du eh nicht tragen. Und soll ich halt sagen, was mir aufgefallen ist? Hier sind es 25 Grad, ne? Und da hinten, wo ich jetzt hingehe, da sind 40 Grad. Ja. Geil, ne? Richtig warm am Hintern. Wenn dann ein ganzer Bildschirm so flimmert und dann siehst du noch unten, wie dein Leben langsam wegreckt. Ich habe ja noch ein ferngestelltes Bombenterminal. Ah ja. Ja, gar nicht. Wo soll man den her? Ja, nur dort da unten. Guck mal. Was macht das? Waffenwerkbank. Ah, Femmwerken. Bombenterminal. Ja. Herstellung. Es ist ja dann, was... Die von dir gebrochenen Ferngesteuerten Sprengstoffe können zur Detonation gebracht werden, was nur für die von dir gebrochenen Ferngesteuerten Bomben geht. Und defektive Bomben... Ne, 30 Meter. Ach, das Ding. Ah, guck mal, da ist ein Orangener. Blueprint drin, ja. Großen Orangener. Oh, nix. Da war nur noch ein Blueprint drin, der Rest ist schon weg. Boah, Peschen. Naja. Boah, Möwe. Möwe. Im Ölpickel kann man auch Dings abbauen, ne? Erze. Jo, 26. Ja. Ja. 26. Jungspund. Richtig. Aber immerhin. Immer noch nicht ein Erz gefarmt. Das weiß ich nicht. Holz kann er fahren. Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Oh, Kühlschrank. Wie denn ohne Strom? Sekunde. Lass die Finger von dem Generator da drüben. Oben. Ah, Kühlschrank. Der Generator hier ist nur für draußen. Die Lampe geht ja auch nicht über dir. Wofür brauchen wir eigentlich nochmal Pflanzenschleim jetzt? Oder warum haben wir das auf der anderen Map so oft viel gebraucht? Kautschuk. Aber haben wir ja mehr als genug Kautschuk. Wir haben 400, ist ja nix. Wenn da 4000 steht, dann können wir uns drüber unterhalten. Okay. Oder 40.000. Ah, wird schwierig. Kriege ich nicht hin. Das ist halt so. So, 10% Chance. Ich habe eine Kettenserie. Zeig mal, was du kannst. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich haue manchmal einfach ins Nix mit der Spitzwecke. Das ist normal. Hat die noch nie. Das ist halt, wenn das Internet nicht gut ist. More passion. More müde. Level 29. Ach, das Amor-Gewehr ist ein Scharfschützen-Gewehr. Hochpräzises Gewehr, das oft modifiziert wird, um für Scharfschützen-Missionen verwendet zu werden. Aha. Interessant. Das können wir jetzt, das Ding. Übrigens, Grafit haben wir auch hier, ne? 430 Stück. Nur mal. So. Neben, Baie. Gesackt. Das ist, ich gehe mal. Eul-Farm. Oh, yeah. Love Eulers. Ich finde, aus den Eul-Löchern kriegt man voll wenig immer raus. Man muss nur die richtigen Mods auf deiner Schaufel haben. Ich habe eine spitze Chaoche voller Mods, aber ich kriege nur 11 Eisen aus einem. Ja, ist ja auch noch mal eins. Schon. Okay, denke ich mal. Na, kriege ich immer zwei. Einmal abbauen, kriege ich drei raus. Jetzt war öh. Kriege ich auch, glaube ich. Na, das ist, äh. Naja, ne? Aber es ist okay. Gibt Schlimmeres. Jetzt muss man die Ölpumpe aufbauen. Die wir haben. Mit ein bisschen Strom dran. Und dann kriegen wir die ganze Zeit Eul. Was brauchst du für Kabel? Nix. Was brauchst du für Erze? Alles. Na, ich meine für das Kabel. Nix. Wie? Ist das kostenlos? Das brauche ich einmal. Dann kann ich tausend Stück bauen oder so. Ich weiß nicht, wie viel. Aber halt, ne Menge. Ich kriege vier aus einem. Ähm, einmal abbauen. Ich habe so beim Öl. Äh. Nicht einmal hacken. Vier Öl. Vier Öl, sagt er. Mhm. Jetzt hat ich mal Strom und die Ölpumpen anbauen. Die hier überall rumstehen. Und die Gegners. 300 Eise schon. Ach ja, das geht schnell wenigstens. Naja. Das ist immer ein Krampf, wenn man auf dem Mal 10 spielt, wo ich sonst bin. Und jetzt dann wieder nach hier. Und denkst du, alter, was mache ich hier? Hast du auch schon volles Level, ja, ne? Bin ich genauso wie hier auch. Oh, scheiß. Puma. Aber halt 50-fach so viel Materialien. Also diese Puma-Nerven echt. Die halten so viel aus, ey. Die halten erstens so viel aus. Und zweitens haben die so ein komisches Attack-Ding. Ist die halt immer treffen. Ja, und vor allem, wenn die zwei hinterher laufen, ist es noch schlimmer. Ach, ist mir egal, wenn du hinterher laufen. Wenn du nur Bogen dabei hast. Oh, ich hab's reingehalten, dann ist er weg. Einmal im Kreis hier. Nein, nein, nein. Bin tot. Egal. Einer kommt nach vorne, der andere kommt nach hinten. Oh, Pischen. Move it. Was ist hier los? Es ist der Lootrop nicht da. Mal wieder hier runterkommen. Zeit. Was ist hier los? da kann man so 64 mitnehmen rein in das gerät weil ich sehe gerade nirgends nen lootjob kann sein dass sie gleich einer kommt ich hatte ja auch das eine mal bei scheune war einer da warst du auch da vielleicht die ganze zeit ich wollte hier aufmerksam machen dass hinten du bist aber auch ein falscher level woran sieht man das an dem licht oder wie farbe ich hatte den tag gegen wirka sei es gibt auch so sachen man kann in game schreiben im team ja wie ja war ich gerade ja aber wie die hätte steht da wechseln mit tab nee kannst du einfach durch wechseln schreiben willst die pv was macht er hier eigentlich er krallt sich schon wieder den hoden kolbold aus dem hintern und ich glaube es kann alles schwimmen ich bin nicht ganz sicher aber ich glaube schon die sind die kann die nicht tauchen ich kann auch schon betont türen bauen glaube ich ich habe hier eine doppelte aus metall habe ich hier für unten für die haupt ich kann metall ich kann doppelte aus metall bauen ja aber blut und da unten die blaue das kann ich bauen ist das nicht schweineteuer habe ich zweimal angeschmissen ja brauchst du sowas noch die nehme ich ja alles klar was denn etwa scherben fast tausend gerade bin ich sogar auf richtigen stand auch nichts lernen so wie es aussieht momentan wenn wir jetzt gleich leveln da lerne ich mal ich habe jetzt mit einer runde farm also mit 250 eisenerz 500 xp gemacht nicht schlecht also was heißt das für dich tim die farm dass ich fast 27 schon bin einfach nur durch afk hier rumstehen weil die dinger laufen von alleine was macht er denn die öfen laufen doch die machen die ganze zeit erfahrungspunkte ich crafte ab und zu mal was kriegst du auch die erfahrungspunkte ich kriege aber nicht die erfahrungspunkte du musst ja auch hier stehen wenn du das selber an machst dann kriegst du erfahrungspunkte mal nicht keine ahnung ich weiß nicht wie es bei ihm da unten steht wo mir schon mal 363 das ist ruhig ok dann brauchen wir wolfram herz das machen wir demnächst jetzt auch jetzt kommt jetzt von mir langsam her kannst du mitnehmen weil die eine strohtruhe da stufe 40 brauche ich dann kann ich wolfram machen also das ist 4 level also brauchst du nicht mitnehmen ok das dauert noch ja weil denn da ein truhe sind ja auch schon naja ich habe die aus den öfen rausgenommen weil die in den öfen voll geballert sind halt kommen wir halt raus ist ja das genauso wie titanerz kommt ja aus den steinsammlungen sag ich mal raus wenn ihr die steine wegschmilzt nach titanen kommt glaube ich nach ist das höchste glaube ich ja ist ja auch schon nicht schlecht haben wir auch schon fast 600 es geht es geht aller was soll ich dazu sagen wunderprächtig und so ja wohl man kann dem das geht